Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, den neuen Image-Film. Bitte nicht wieder so ein 0815-Stuff. Wir brauchen einfach was Frisches und was Neues. Also wenn wir junge Leute erreichen wollen, da brauchen wir auf jeden Fall einen von diesen Streamern. Chat, hört mal her. Jeder, der noch nie im Jugendhaus war, der ist ein absoluter Lauch. Ein absoluter Lauch. Da könnt ihr Billard zocken, Hausaufgaben machen und euch mit Freunden treffen. Ich meine, was wollt ihr noch mehr? Und dem einen oder anderen von euch wird es auch bestimmt mal guttun, wieder aus dem Haus zu kommen. Okay, aber wenn du da nicht grad Bibis Beauty Palace oder Capital Bra auf dem Sofa pennen hast, kannst du eh grad vergessen. Ich hab's. Wir machen ein Booktook-Video und gehen viral. Ja, dann kann ja gar nichts in die Hose gehen. Wisst ihr, worauf die Kids stehen? Wir brauchen was mit Action. Und was meint ihr? Kann man das so lassen? Lass uns mal lieber uns alle liegen. Liebe Jugendhäuser, wir brauchen keine krassen Streamer oder Videos, die viral gehen können. Das Einzige, was wir brauchen, seid ihr. Denn ihr seid das Beste an Jugendhäusern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.